Hey Leute, ich bin es euer Demzimmerfix und mit dieser epischen Musik habe ich eine kleine Ankündigung an euch. EA, auch bekannt als Electronic Arts und DICE, haben sich entschlossen, einen größten Shooter-Klassiker aller Zeiten kostenlos an den Mann zu bringen. Battlefield 1942, der erste Meilenstein der Online-Shooter-Serie, war wirklich damals als der größten Spiele aller Zeiten. Ist es für viele wirklich heute noch. Battlefield 1942 hat das gemacht, was es heute eigentlich an Battlefield 3 auch noch macht. Es war ein bisschen besserer Grafik, aber es ist immer noch an sich Battlefield 1942. Große Karten, Monsterfahrzeug-Schlachten und wirklich viele Spieler, bis zu 64 Leuten. Und Fliegen, Panzer, alles mögliche gibt es da. Battlefield 1942 ist ein Klassiker der Shooter-Geschichte, die wirklich von jedem einmal gespielt werden sollte. Und EA und Electronic Arts haben sich jetzt entschlossen, dieses Spiel kostenlos für jeden zu bringen. Und dazu müsst ihr einfach einen Original-Counter stellen und dann könnt ihr einfach das Spiel runterladen. Kostenlos zum 10-jährigen Jubiläum der Battlefield-Serie. Ich würde sagen, ich packe unten den Link rein für die Leute, die es nicht finden. Und ich würde sagen, viel Spaß mit einem der legendärsten Spiele aller Zeiten. Ich bin es heute, MC Mafix, und viel Spaß damit!